Alter. Moin. Ich sehe ihn nicht. Fuck, wo ist es hier hin? Okay. Alter. Ey. Ich bin ja bloß auf, ähm, die Medikit-Taste drücken. Und wir haben bloß da zweimal Munition für die Chaser 13. Boah, ich weiß auch nicht, wie lange man es aushält. Alter. Endlich habe ich den getroffen. Okay, wir nehmen jetzt mal... Wir haben es, glaube ich, geschafft. Medikit! Okay, aber leider finden wir hier auch keine Artefakte und wir müssen jetzt hier eine lange Leiter hochklettern. Was mir natürlich extrem leicht fällt. Boah, hier oben könnte alles sein. Was ist das hier für eine Scheiße? Oh, erinnert ihr euch an Serious Sam? Und das sieht sehr stark nach einem Gebiet eines Endbosses aus. Nein, du willst mich doch verarschen! Oh no! Oh no! Oh no! Wo war der? Lass mich! Schnurk! Alter, ich seh ihn nicht! Fuck! Wo ist er hin? Ah! Fuh! Alter, immer noch Oh, wir haben keine Edikiz mehr Nein Oh, fuck Ich hab ihn nicht gesehen Ich konnte ihn einfach nicht ausmachen Oh, Mann, oh Mann, oh Mann Okay Oh Mann, wie konnte man nochmal die Munitionsart wechseln Munitionstyp M, dann Z Ich muss jetzt die Panzerbrechende nehmen Ich muss rausfinden, wo der Typ sich befindet Wo ist der? Ich sehe ihn nicht Da ist er Der Sack stirbt nicht Doch, er ist gestorben Alter Bitte sagt mir nicht, dass da noch einer ist Boah Ich hab hier vorne noch was gesehen Munitionverband Was ist das hier für ein Ding? Kann ich das noch viel benutzen? Aber hier sind auf jeden Fall Ähm, Patisten Hier können wir nichts benutzen Heilige Scheiße, ey Wie viele Kugeln ich in den reingeballert hab Kannst du keinen erzählen Boah Boah Wo ist das, was ich jetzt mache? Ah, hier ist ein Versteck Ein bisschen Kram Okay, ich hab keine Ahnung, was ich hier machen soll Flute den Untergrund Ah, Ventil darin Ah, die Tricks kennen wir doch Äh, muss ich hier runter? Okay, da kommen wir nicht lang Oh nein, hier ist so eine Rattenviecher Lass mich in Ruhe Schnell hoch Schnell Boah, wir haben's geschafft Wir haben's geschafft Heilige Scheiße, ey Gut gemacht, Stalker Jetzt, da die Tunnel überflutet sind Dürfte alles etwas einfacher werden Wir stehen in deiner Schuld Melde dich bei mir wegen deiner Belohnung Äh, wir haben's geschafft Mal was ausprobieren Ne, das Ding zeigt immer noch den Stand Ähm Ja, wir sind Den hab ich nicht gesehen Ist der da hinten tot? Ich geh einfach mal von aus Ich geh einfach mal von aus Da war eine Granate Granaten brauchen wir In diesen engen Räumen Und das bestimmt sehr gut Wenn man da mit Granaten rumwirft Hier kommen wir nicht lang Ich dachte sogar Nehmen, dass wir hier doch lang kommen Aber leider nicht Ah, wer kennt das Versteck noch? Hier war doch damals Drellox Versteck drin gewesen Oder es war so ähnlich Wenn ich mich richtig erinnere Ich glaub, das war das gleiche Und wir haben in dem Versteck Und einige Artefakte gefunden Da ist es Das ist Drellox Versteck Ich übel Jagen wir schon wieder einen Drellox Oder jagen wir einen Feng Männer, hier spricht Strelox Hätte nicht gedacht Dass mich der Dock So schnell wieder zusammenfliegt Ich habe gehört Dass jemand von unserem Erfolg erfahren hat Und sich mit uns in Verbindung setzen will Dabei habe ich kein gutes Gefühl Ich fürchte Wir müssen uns mit unseren nächsten Abstechen Ins Zentrum beeilen Hüßt, Strelox Schön, dich wieder unter den Lebenden zu sehen Feng und ich haben alle nötigen Teile gefunden Und zwei Decoder gebaut Wir haben sie beide in einem Versteck In der Nähe des Schmelzers gerassen Wenn wir zum Zentrum aufbrechen Ohren wir sie wieder Das sind tolle Neuigkeiten, Ghost Unser Plan sieht so aus Wir können es unterirdisch nicht schaffen Deswegen führt der einzige Weg am Schmelzer vorbei Ich bin auf dem Weg zu Sacharow Um ein Gerät abzuholen Das uns in einem Stück am Schmelzer vorbeibringen könnte Wartet bei den Militärlagern auf mich Söldner, hier spricht Lebedev Die Unterlagen aus dem Lager klären einiges Wir wissen jetzt, dass Strelox Gruppe es bis ins Zentrum geschafft hat Und dass sie das erneut vorhauen Und die übermütigen Narren Wenn sie Erfolg haben, werden sie eine zweite große Emission verursachen Die wäre so groß, dass sie jedes Lebewesen in der Zone vernichten Das dürfen wir nicht zulassen Strelox ist zum Yantasee gegangen Aber ist ganz wichtig Versuche ihn dort abzufangen Während wir in unserem Team Ghost können What the hell? Ghost steckt also mit ihm unter einer Decke Den haben wir doch im ersten Teil Wollte er uns helfen oder nicht? Einige Scheiße Alter, hab ich mich jetzt vor dem Geräusch der Ach Nicht da Ja, hier ist man leicht Jetzt hätte ich das nicht irgendwie geruchten, dass da einer hackt In der Ecke Moment Die Vorbandegeschosse können wir auf jeden Fall mitbringen Äh, mitnehmen Ein bisschen grillen oder was? Okay, weiter geht's Boah, lecker Ich habe das Beton oder sowas Und letztes Mal sind wir von der anderen Seite hineingekommen Hier sieht alles relativ clear aus Ähm Fuck, verfolgt der Scheiß mich oder was? Lauf Alter, ist gerade hier unter den Stress Oh, das war ein Fehler hier rein zu gehen Boah Alter, die Kisten Lauf doch Und jetzt hoch Alter Alter Bitte Hier cute